Hallo zusammen, ich bin der Markus. Es ist Januar 2019 und das ist das dritte Video zum Thema Autofahren in Norwegen. Im ersten Video ging es um Maut und Geschwindigkeit, also vor allen Dingen Durchschnittsgeschwindigkeit, also das Vorankommen in Norwegen, vor allen Dingen wie langsam ihr da vorankommt. Im zweiten Video ging es um Fähren, also die Kleinen in Norwegen und Tunnel. Und in diesem Video geht es um das Tanken und das Laden, also mit dem E-Auto. Und alles Wichtige steht wieder unten in der Videobeschreibung in Kürze zusammengefasst. Wir fangen an mit dem Tanken, weil es die meisten von euch vermutlich noch betrifft, also zumindest jetzt im Jahr 2020. Und was der Lonely Planet da schreibt, ja, das klingt ein bisschen nach Problem. Und zwar, gerade auf dem Land machen viele Tankstellen am frühen Abend dicht, bleiben auch am Wochenende geschlossen. Und es gibt nicht so schrecklich viele Automatentankstellen. Also, Fakt ist, in Süd-Norwegen ist es überhaupt kein Problem. Da gibt es wirklich genug Tankstellen, da kriegt ihr das hin. Es ist aber auch Fakt, dass in den dünner besiedelten Gebieten im Norden tatsächlich die Tankstellendichte abnimmt. Und gerade wenn ihr ein Auto mit hohem Verbrauch und kleinem Tank habt, dann solltet ihr, also mit geringer Reichweite, dann solltet ihr tatsächlich so ein bisschen die Tankstellen im Auge behalten. Ich kann euch hier mal eine Karte einblenden. Das ist in Höhe der Lofoten, das ist jetzt auch so meine Strecke, also ich bin ja von den Lofoten nach oben, nach Norden runtergefahren und dann über Schweden zurück. Und hier seht ihr die letzte Tankstelle vor der norwegisch-schwedischen Grenze auf der norwegischen Seite und die erste auf der schwedischen Seite. Und jetzt blende ich euch mal ein, wie viele Kilometer dazwischen liegen. Das sind tatsächlich 177, wenn ich das jetzt richtig, ich kann das ja nicht sehen, ich blende es ja erst später ein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eine Menge. Und ein Kumpel von mir hat einen Trabi, ich glaube, das wird knapp mit 20 Liter Tank und ich weiß nicht, was der da verbraucht. Also schaut, gerade wenn ihr im Norden unterwegs seid, dann doch auch, wo die Tankstellen sind und wie weit ihr noch fahren könnt. Also es ist nicht hinter jeder Ecke eine Tankstelle. Und dieses Problem wird natürlich in Norwegen sich noch verschärfen. Also 2025 ist der Stichtag, dann dürfen keine Verbrenner mehr verkauft oder neu zugelassen werden. Und das wird sich jetzt in den nächsten Jahren ja schon bemerkbar machen. Immer mehr E-Autos in Norwegen, da werden Tankstellen dicht machen. Das bleibt überhaupt gar nicht aus. Und dann wird das Tankstellennetz sich weiter lichten. Also ich glaube, dass wir in zehn Jahren in Norwegen mit dem Verbrenner genauso dastehen, wie man jetzt teilweise noch in manchem Gebiet mit dem E-Auto dasteht. Nämlich immer auf der Suche nach, wo ist die dichtste Ladesäule. Das wird sich umkehren. Das ist ganz klar. Also im Süden kein Problem mit der Tankstellendichte. Im Norden etwas größer das Problem. Wir haben, also ich habe dreimal in Norwegen getankt, zweimal in Schweden und zweimal in Dänemark. Wir werden auch gleich jetzt auf die Spritpreise eingehen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich bezahlt habe. Und zwar habe ich am 7.7.2019 das letzte Mal vor dem Urlaub in Deutschland getankt. Das waren 1,22,9. Dann habe ich in Dänemark noch einmal vollgetankt. Das würde ich euch auch dringend empfehlen. Und für alle die, die glauben, Dänemark ist ein teures Tankland, das stimmt nicht. Also meine Erfahrungen in den letzten Jahren waren eigentlich immer so, dass Dänemark so ein bisschen teurer ist. Aber da reden wir selten von 10 Cent oder mehr. Also meistens liegt die Differenz deutlich darunter. Und ihr seht das jetzt hier auch. Am 8.7. habe ich in Dänemark für 1,23,3 getankt. Das ist nicht viel teurer als in Deutschland. Und ich habe da die Kartengebühr mit reingerechnet. Also ich habe den gesamten Europreis, der mir vom Konto abgebucht wurde, durch die Liter geteilt. Apropos nochmal mit Karte zahlen und Gebühren. Also wenn ihr mit Kreditkarte zahlt in Norwegen, dann informiert euch bitte vorher, wie das denn mit den Gebühren aussieht. Auch wenn ihr Geld abholt. Also ich zum Beispiel habe die Amazon-Kreditkarte. Das ist hübsch, weil es da 3% gibt, wenn ihr bei Amazon einkauft. Aber diese Karte zum Beispiel eignet sich nicht für Geld abheben im Ausland oder bezahlen im Ausland. Die Gebühren sind enorm. Und da bitte vorher nachschauen, euch vielleicht auch rechtzeitig noch eine Kreditkarte besorgen, bei der keine Gebühren anfallen im Ausland, wenn ihr im Ausland zahlt. Also ihr könnt ja überall in jedem Supermarkt auf jeder Fähre mit Kreditkarte zahlen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Auch kleine Beträge. Aber wenn ihr natürlich bei jedem kleinen Betrag, keine Ahnung, einen Festbetrag von einem Euro, zwei Euro Gebühren habt, dann rechnet sich das nicht. Also da bitte Obacht geben und euch nochmal genau die Gebühren anschauen. So, und jetzt kommen wir zum teuren Teil dieser Reise, also tanken. Mein erstes Tanken in Norwegen, da gab es dann einen deutlichen Sprung auf 1,49,7. Und das war aber nicht das teuerste Tanken in Norwegen. Also der teuerste Spritpreis, den ich glaube ich auch jemals in meinem Leben bezahlt habe, das waren 1,65,7. Einmal tanken in Norwegen für Diesel. Ja, das ist, das ist heftig. So, ich habe ja gedacht in Schweden, wenn ich über Schweden zurückfahre, da wird es deutlich billiger. Das war nicht so. Das teuerste Tanken in Schweden hat 1,54,4 gekostet. Und jetzt der Vollständigkeit halber noch, es könnte ja sein, dass es also in der Zeit enorm angestiegen ist. Auf dem Rückweg, das Tanken in Dänemark hat 1,22,3 gekostet. Also noch weniger als auf der Hinfahrt und weniger als in Deutschland, wie ich gerade feststelle. Das erste Tanken dann wieder in Deutschland, das lag bei 1,22,9. Also Norwegen ist ein teures Tankland, Schweden auch. Wie sieht das aus, wenn ihr an die Zapfsäulen fahrt? Erkennt ihr, was ihr tanken müsst? Ja, ich denke schon. Also es gibt nämlich genau drei Spritsorten. Nicht wie hier in Deutschland, wenn ihr da an irgendeine Shell- oder Aral-Tankstelle, ich frage mich immer, wie das, wenn hier ein ausländisches Fahrzeug an eine Shell- oder Aral-Tankstelle kommt, die das Vollprogramm hat. Du hast doch bekloppt. Du weißt überhaupt nicht, was du tanken sollst hier mit Superdiesel, wie heißt das, und WePower, Tralala, Gedöns. Das ist Wahnsinn. Also drei Sorten. Es gibt dieses 95er, das ist super. Es gibt das 98er, das ist super plus. Und Diesel ist Diesel. Das ist nicht so schwer. Aber beim Diesel bitte aufpassen. Unbedingt aufpassen. Es gibt nämlich Zapfsäulen mit dieser Aufschrift. Und der Vollständigkeit halber dieses Bild habe ich leider nicht selbst gemacht, sondern aus dem Internet vom Flickr-Account von Morten stibitzt. Ich hoffe, er verzeiht es mir. Da steht, abgiftsfri Diesel. Und dieser Diesel ist steuerlich begünstigt und auch, ich glaube, rot eingefärbt. Ja, rot eingefärbt. Das ist für Landmaschinen, soweit ich weiß, und für Boote, also für die, die eben steuerlich begünstigten Diesel tanken dürfen. Und ihr dürft es nicht. Und ihr solltet das auch nicht tun. Das kann richtig, richtig teuer werden. Auch wenn ihr denkt, auch der Diesel ist aber schön billig. Ja, ja, das ist er. Aber am Ende kann die Rechnung dann deutlich, deutlich teurer sein, als wenn ihr den anderen Diesel getankt hättet. Also ihr habt ja in dem Fall ein Steuerverbrechen begangen. Und da gibt es ja so wilde Artikel von 20.000 Euro Strafe und so. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was denn da tatsächlich realistisch ist. Tut es einfach nicht. Und dann wird alles gut. Gut, ich glaube, zum Thema Tankstellen ist alles gesagt. Dann schauen wir uns jetzt mal das Laden an. Wie gesagt, noch habe ich kein Elektroauto. Ich hoffe, dass ich im Laufe dieses Jahres das Video nachschieben kann, indem ich selbst Erfahrungen sammle. Und ja, also ich habe drei Probefahrten jetzt online angefragt für den Nissan Leaf, für den Hyundai Kona und Tesla Model 3. Tesla hat mich erst überrascht, weil sie sehr schnell geantwortet haben. Dann überrascht, weil ich sehr weit im Voraus einen Probefahrttermin festmachen konnte. Und dann enttäuscht, weil sie diese Probefahrt einfach abgesagt haben. Ich hatte auch schon Bahntickets und so. Und das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Also sie hatten wohl alle Model 3 verkauft. Und deswegen kein Probefahrauto da. Als Entschädigung, also mich hat dann irgendwie der Leiter des Frankfurter Sales Teams oder so angerufen. Und jetzt kriege ich den Tesla, Termin steht noch nicht fest, ein ganzes Wochenende und kann ihn dann sehr ausgiebig ausprobieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, ich habe jetzt hier ein paar Zahlen gefunden auf der Seite vom norwegischen Verkehrsministerium. Überraschend, im Jahr 2019, eigentlich nicht so überraschend, war das Model 3 tatsächlich das meistverkaufte Auto in Norwegen. Obacht, das meistverkaufte Auto, nicht das meistverkaufte Elektroauto. Also tatsächlich das meistverkaufte Auto. 2018 war das noch der Nissan Leaf. So, ab 2025 dürfen keine Verbrenner mehr verkauft werden, auch keine Linienbusse mehr. Auch Linienbusse müssen dann elektrisch sein und der nächste Schritt ist dann 2030. Da geht es dann an den Schwerlastverkehr und die Fernbusse. Genau, und deswegen auch, wie schon gesagt, das Tankstellennetz wird in den nächsten Jahren sehr, sehr wahrscheinlich sehr viel dünner werden in Norwegen. Schauen wir mal an, wie viele Ladesäulen es denn gibt. Also auch das norwegische Verkehrsministerium verweist auf diese Seite hier, info.nobil.no. Ich verlinke euch das auch mal oben. Und hier haben wir jetzt mal Ladesäulen in Norwegen, Stand 4.01.2020. Das ist genau aufgeschlüsselt, seht ihr ja da, öffentlich, nicht öffentlich. Da gibt es auch Zahlen für Schweden auf dieser Seite. Also in Norwegen 13.800 öffentliche Ladesäulen in Schweden 9.100. Die haben noch ein bisschen nachzuholen. Und auf dieser Seite gibt es auch eine Karte. Das ist, ich glaube, nicht so wirklich für den Endbenutzer gemacht. Also ich glaube, diese Seite ist einfach die Datenbasis und stellt die Daten bereit für Apps und für Webentwickler und so, damit die darauf zugreifen können. Aber es gibt auf der Seite auch eine Karte zum Anschauen. Das ist hier mal die Südhälfte von Norwegen. Da dürfte es keine Probleme geben mit dem Laden von Elektroautos. Im Norden natürlich, da wo auch die Tankstellen nicht an jeder Ecke sind, sind auch die Ladestellen nicht an jeder Ecke. Da ist es ein bisschen dünner. Da müsst ihr dann ein bisschen mehr planen. Genau. Und wenn ihr dann so einen roten Punkt auf der Karte anklickt, dann seht ihr dann auch, geht so ein kleines Fensterchen auf, da seht ihr dann auch die Details, also was für ein Ladestecker da vorhanden ist. Genau. Das ist erstmal soweit zum Thema Tanken und Laden in Norwegen. Und jetzt habe ich hier noch ein kleines, hübsches Video. Ich war nicht schnell genug. Ich glaube, das habe ich nur schnell so mit dem Handy gemacht. Dann war das Ding auch schon weg. So. Malern die Norweger die Fahrbahnmarkierung auf die Straße. Ist das nicht großartig? Da steht keiner und baut Hütchen auf. Also wenn ich hier in Deutschland sehe, wie Fahrbahnmarkierungen gemacht werden, da kommt erst der Oberchef in Jacke und Frack und misst und malt vorab dünne Striche dahin, wo die dicken Striche mal hin sollen. Und dann, es sieht oft so aus, als wäre ein Team von fünf Leuten notwendig, um einen Strich auf die Straße zu malen. Die fahren hier einfach mit diesem LKW. Das ist der Wandel. Ich finde es sehr, sehr geil. So, dieses Video ein bisschen kürzer als die letzten Videos. Das kommt manchen gerade recht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Plant tolle Urlaube, macht schöne Urlaube. Auch im Winter übrigens. Der Pelle, mit dem ich in Norwegen war, der war jetzt ein paar Tage zwischen den Jahren unterwegs. In der Kälte mit Dachzelt und schaut euch das mal an. Das macht wirklich Lust auf kurze Trips. Auch im Winter, da oben verlinke ich euch das Video. Das war es von mir. Macht's gut. Bis bald.